Hallo, mein Name ist Melissa Klein. Ich berate Architekten zu unseren Baustoffen. Heute beantworte ich euch die häufigst gestellten Fragen zu Ytong und Silka. Silka sind massive und druckfeste Steine. Sie eignen sich als Innenwand oder auch als Außenwand, als Brandschutzwand oder sind auch für den Strahlenschutz geeignet. Unsere Silka-Steine sind ökologisch gesehen unbedenklich. Dies bestätigt auch das Eko-Zertifikat. Sie bestehen nämlich nur aus Sand, Kalk und Wasser. Im Hintergrund seht ihr unsere Silka XL Basic, unser Großformat für den Mehrgeschosswohnungsbau. Diese Steine können mit zwei Personen inklusive Versetzhilfe ganz einfach versetzt werden. Wie ist es die Hälfte? Jetzt kann ichКietzülle nab declined. Vielen Dank.